Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute kam dieses wunderschöne Päckchen für mich an. Und anhand des Absenders habe ich schon gesehen, was da drin sein wird. Aber bevor ich jetzt hier weiter rumlaube, machen wir es doch erstmal hier oben auf. Es ist nämlich das VIP-Karneval-Album. Ich habe das Special-Album gekauft bei einer Sommelbestellung bei Facebook. Und oh mein Gott, das ist so schön. So, machen wir erstmal auf. Ihr wisst ja, mein Ulti-Bias-Forever ist ja Zello. Und deswegen habe ich mir jetzt auch als Wunsch-PC und das alles Zello rausgesucht. Und hier haben wir gleich schon mal einen Standy, den wir schon mal rausnehmen können. Bei dem werde ich auf jeden Fall jetzt zu meiner Sammlung mit dazu tun. Oh mein Gott. Den hast du jetzt hinten stehen. Der guckt jetzt auch zu. So, ja, also ich muss sagen, das Fotobuch ist eigentlich normale Größe, würde ich jetzt sagen. Hier haben wir die CD. Ich hasse es immer, die CD noch zu welchen Dingern rauszuholen, aber ich mag es, dass die durchbricht. Also ich habe einmal die CD von vorne. Und ja, von hinten eben. Und hier ist jetzt auch nicht irgendwas Spezielles, nur so eine Art Konfetti, würde ich jetzt mal sagen. Oh, ich hasse es. Ich habe immer Angst, dass die irgendwie kaputt geht. Können die nicht einfach ganz normal so Clip-Dinger machen, ist das zu viel verlangt. Achso, bevor wir jetzt weitermachen mit drin, hinten haben wir die Playlist. Sechs Lieder. Today, Carnival, Feels So Good, Go, Alpatros and My Girl. Dann hier unten nochmal, das alles. Und von der Seite, bevor ich das wieder vergesse. Und ja, so seitlich da ist es halt offen, damit man das halt auch offen machen kann. Logisch. So, dann gehen wir mal weiter zum Fotobuch. Da kommen wir auch gleich die Zelle-Fotokarte geben. Oh, die ist auch voll cute. Oh Gott. Und seine Haare einfach voll süß. So, und die Rückseite, da ist halt nichts drauf, irgendwie an Unterschrift oder so, halt ganz normal. Dann haben wir hier nochmal die Playlist. Ich hoffe, ihr erkennt das alles so einigermaßen. Ich schiebe euch nochmal so ein Stück. So. Nochmal so eine Art Poster ist das. Auch sehr schick. Auch mit hinten dann Carnaval drauf. Bang Jung Guk haben wir hier. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alles so einigermaßen. Ich kann das ja auch eigentlich so hinstellen. Aber nein, da verruckelt. Im Moment. So. Ich hoffe, man kann das jetzt dann auch alles sehr gut erkennen, denke ich mal. Nicht umfallen. Jung J. Jung Up haben wir hier da mal. Ich finde, das wird cool. Hello, Bibi. Ich liebe ihn einfach. Er ist einfach cool. Mit dem Matukki ist da unten auch noch. Echt süß. Ich würde gerne wissen, wer sich da unter versteckt. Oder den Matukki hier. Da muss ich gerade nach Entschuldigung. Ich finde das wird cool. Ich fange mal in die Eier drehen. So. Und falls ihr jetzt nicht wisst, wer wer ist bei Bibi. Also wir fangen mal hier an. Das ist Zello. Dann kommt Himchan. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Dann kommt Bang Jung Gook. Jung J., Jung Up und Daeyang. Oder Daeyang. Doch, Daeyang. Ich glaube, der hat Kontaktlinsen drin. Oder? Sieht irgendwie voll so aus. Also ich muss sagen, die Fotos sind echt schön geworden. Also da habe ich schon mal mit manchem Foto einem von anderen Bands gesehen. Da fand ich die gar nicht so schön. Das ist natürlich mein Lieblingsfoto mit. Da saß er halt sehr weit drauf. Himchan. Der sieht einfach so mega handsome aus. So pflegeleicht. Ich weiß nicht, das Bild sagt schon alles so, die beiden, oder? Ich finde das immer schön, so Gruppenfotos von Bands. Das gefällt mir auch. Feuerwerk. Ui. Businessman. So, und das ist jetzt das letzte Foto. Hier sind nochmal die ganzen Credits. Und ja, das war jetzt auch schon das Fotobuch. Also ich muss sagen, das Album an sich gefällt mir wirklich richtig gut. Auch die Fotos sind echt schön geworden. Das muss ich sagen. Also bei manchen Bands, die ich eilen, da fand ich dann die Fotobücher dann nicht so toll. Aber ich finde das echt schön gemacht. BIP sowieso immer. Die ganzen Fotobücher, die mag ich immer. Ist ja auch meine Uiti-Band. So, dann tue ich jetzt das mal wieder rein. So. Also ich habe das Album jetzt in einer Special-Version gehabt. Die Fotokart und den Standy. Ich zeige das jetzt nochmal von oben. Einmal. So. Da haben wir alles nochmal auf einen Blick gehabt. Und ja, ich würde da mal sagen, das war es jetzt für mein Video heute mal wieder. Für das Auspack-Video. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir.